...einen solchen Schritt... Nein! Ich verfüge um... ...ganz im Gegenteil... ...eine Zeit hat gerade erst begonnen... ...ich muss auch... ...lauch in den Schwerz! ...wacht schon, 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 sehr, sehr, sehr wohl! Warum benutzt der auf einmal Furcht eigentlich? Ich weiß nicht, wie lange ich noch durchhalte. Okay. Okay. Ich werde ihn ja heute noch hinkriegen. Ich habe so lange, viel zu lange gebraucht, um das Ehrenhafte, eine solch Narren. Ich verfüge immer nur um, ganz im Gegenteil. Eine Zeit hat gerade erst begonnen. Kann ich helfen? Ich habe euch allen gesagt, hier soll die Eisbrüder... Wolems angreifen? Warum greift ihr die Pissen? Wolems nicht an! Wie kann ich in Ordnung? Ihr schon wieder? Ich lasse diese leeren Drohungen. Der einzige Grund, warum ihr immer noch lebt, ist, dass ich möchte, dass ihr Zeuge dieses historischen Momentes seid. Seht und nicht... Halt, Pokélin! Heute reicht euch eure Angeberei nicht zum Sieg. Der Schein, die blüht... Die Geschichte von Jeroz steigt hier in den Aufmerksamkeit. Ich habe mich selbst zu opfern und das erlebt. Es war Jeroz in Schlafen. Ich habe so lange, viel zu lange gebraucht, um das Ehrenhafte, eine solchen Narren. Ich verfüge um... Ganz im ganzen Teil. Meine Zeit hat gerade erst... Kann ich helfen? Ist etwas nicht in Ordnung? Ich bin nicht mehr, Leo. Ständig wird Magie-Bahn gewirbt, oder was? Echt mich? Was geht da auf einmal? Wie kann ich hier sofort? Ihr schon wieder? Lasst diese leeren Drohungen. Der einzige Grund, warum ihr immer noch lebt, ist, dass ich möchte, dass ihr Zeuge dieses historischen Momente seid. Seht und... Halt, Pokelin! Heute reicht euch eure Angeberei nicht zum Sieg. Die Geschichte von Jeroz-Stein lehrt uns Kampfer zu bringen. Sich selbst zu opfern, damit ein Verleben. Das war Jeroz' Entscheidung. Ich habe so lange, viel zu lange gebraucht, um das Ehrenhafte eines Narren. Ich verfüge immer um. Ganz im Gegenteil, mit einverstanden. Gerade erst... Ich wasch mir meinen Warn! Ah! Ich mach so schmerzlos ihm heute, ich kann nicht helfen. Gott sei Dank. Was ist los, ist das alles? Ja, ich kann das machen. Recht mich! Wie kann ich sofort? Wieso auch immer einschlag ihn, auf weil man töten kann? Ihr schon wieder? Ich bewundere eure Ha- Lasst diese leeren Drohungen! Der einzige Grund, warum ihr immer noch lebt, ist, dass ich möchte, dass ihr Zeuge dieses historischen Momentes seid. Seht! Halt, Pokelin! Heute reicht euch eure Angeberei nicht zum Sieg! Ich hab so lange, viel zu lange gebraucht, um das Ehrenhafte, eine Sonne... Narn! Ich verfüge immer noch, um... Kann ich helfen? Meine Zeit hat gerade erst begonnen. Äh, nein, nicht das... Äh, wo ist mein... Erhasst... Ist etwas nicht in Ordnung? Verteidigungs-Koordination... Weg! Weg! Äh, nein, nicht hier! Wie kann ich... Ich kann das machen? Ich versch mit! Komm! 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 Ich mach so'n Scherz! Ah! Oh! 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 Das Flugzeug, die Scherz, mir sind auch schon so... guarier, was ich kann... Ah! Ja... Kann ich helfen? Ja! Okay... Neuer Hass, bitte! Schiff, 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 doch! Geoll! Sie groupe her... Oh! Ah! 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 Erstmal raus aus dieser Giftwolke. Alles voller Fallen, alles voller Hand auflegen. Ist etwas nicht in Ordnung? Ist das alles? Äh, wie kann ich natürlich? Kein Problem. Das ist auch das Gift, das es Probleme macht. Wie kann ich es? Wir haben jetzt erledigt. Wir haben jetzt ein Befehl. Diese Fallen kann man auch nicht deaktivieren, das ist das Problem. Ich kann das machen. Ich fürchte nichts. Ich muss nicht mehr in den Hals tun. Ich brauche alten Heiler. Jawohl, pass mal auf. Ich kann das machen. Ich kann das machen. Ich kann nicht am besten zu diensten sein. Ich kann nicht am besten zu diensten sein. Ja. Der Typ ist echt viel zu stark, ey. Oh. Elana wurde overkillt. Ich werde tun, was ich kann. Ich werde tun, was ich kann. Die kriegen wir so nie tot. Ich höre. Mit Vergnügen. Natürlich. Aber egal welchen Zauber ich benutze. Das ist ja wirkungslos. Ich lege mich. Was ich noch machen kann, auf jeden Fall. Hört mir grad so ein. Ist bessere. Ah. Na 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 na. Fernkampf Munizium benutzen. Okay. Okay. So. Gut. Wie kann ich helfen? Gewiss. Ihr schon wieder. Lasst diese leeren Drohungen. Der einzige Grund, warum ihr immer noch lebt, ist, dass ich möchte, dass ihr Zeuge dieses historischen Momente seid. Seht. Und nur. Halt, Pokalien. Heute reicht euch eure Angeberei nicht zum Sieg. Gerotstein. Die Geschichte von Gerotstein lehrt euch hoch an zu kriegen. Ich selbst so oft kann das erleben. Das war Gerotstein. Ich habe so lange, viel zu lange gebraucht, um das Ehrenhafte, eine solch. Nahr. Glaube ich verfüge ihm um. Ganz im Grunde. Dein Befehl ist Zeit. Kann ich helfen? Jawohl. Euer Leben ist verwehrt. Euer Leben ist verwehrt. Ah. Ah. Was ist so? Ja. Sofort. Euer Leben ist verwehrt. Ich weiß nicht, wie lange ich noch durchhalte. Wie kann ich am besten zu diensten sein? Ja, wir hätten es. Ich werde tot. Das macht mir nichts. Ich brauche ein. Ich weiß nicht, wie lange ich noch durchhalte. Echt mich? Ich spiele nicht. Oh. Ich bewere mich an. Ich schlite mich an.